Ich mache jetzt ganz was Verrücktes. Es ist, ich zeige es euch, wie spät es ist. Ich fahre jetzt mit dem Bus zum Arsch der Welt. Hoffentlich komme ich wieder zurück. Und los geht's. Mal was riskieren. Ich habe kein Guthaben und bin darauf angewiesen, dass der Bus jetzt noch fährt. Heute ist Feiertag. Heute fahren die Busse nicht so oft. Hoffentlich habe ich Glück. Sonst muss ich jemanden auf der Straße ansprechen, der ein Handy hat und mir ein Taxi ruft. Die Kameratasche darf ich nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. Hier die Kameratasche. Hier kommt die Kamera jetzt rein. Abspielen nicht vergessen. So, wollen wir doch mal sehen, wie lange ich heute an diesem Feiertag auf dem Bus warten muss. In die andere Richtung fährt er schon. Jetzt kann ich mir lange dauern, bis er hier fährt. Dann tu. hin. movies. Musik. 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 So, das war jetzt echt eine total sinnlose Aktion, gehen wir zu Fuß wieder in die Wohnung. Wenn ich nicht schon in der Wohnung, ich hätte in der Wohnung bleiben sollen, so geht das nicht. Aber jetzt bin ich hier, ich muss das durchziehen. Wird es denn endlich mal grün? So, das war jetzt wirklich die sinnloseste Aktion, das sinnloseste Video, was ich je gemacht habe.